Bist du generell aggressiver als Mensch? Ne, ich bin kein aggressiver Mensch, ich bin sehr entspannter ruhiger Mensch. War's nicht immer schon so mit den Games? Ja, ich nehm Videospieler so ein bisschen zu ernst manchmal. Das Ding ist halt, ich bin einfach insane in jedem Game. Oh, das ist halt, mein... Mein D-A-D-Control ist auch ein weiteres! Mein D-A-D-Control ist auch ein weiteres! Mein D-A-D-Drift ist auch ein bisschen zufrieden!